Sieh nicht hin, Kleines. Seht doch mal, das Schnabeltier wollte in diese Richtung, als es starb. Offensichtlich gab es da, wo es herkam, keine Nahrung. Das heißt, wir laufen in die falsche Richtung. Aber jeder weiß doch, wie dumm diese Schnabeltiere sind. Hm. Das arme Tier ist vermutlich tagelang im Kreis gelaufen. Glaubt mir, wir werden sein Schicksal teilen, wenn wir nicht weiter geradeaus laufen. Dieses Arme ist nicht voll der Hand zu halten. Wir sollten weiter geradeaus laufen. Ich bin ratlos. Ich glaube, es wäre besser, da lang zu gehen. Jetzt hör mal zu, Langhals. Ich habe dein Ich bin größer als ihr und deswegen auch was Besseres getue langsam satt. Das steht mir bis hier. Dein Vater darf nicht so mit meinem Großvater reden. Mein Vater kann reden, wie er will, klar? Freunde, nicht kämpfen lassen. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Dir werde ich zeigen, du. Psst, das war's dann. Wir trennen uns. Von jetzt an ist jede Herde auf sich allein gestellt. Ihr beide müsst auch schlafen. Wenn die große helle Scheibe am Himmel steht, ziehen wir weit. Ich werde Littlefoot, Sarah und Petri vermissen. Ja, ja, ja. Ich Ducky nicht vermissen und Spike auch nicht vermissen. Schön, dann werde ich dich vielleicht auch nicht vermissen. Psst, niemand wird irgendwen vermissen. Littlefoot hat Plan, kommt mit. Nyeaahhh! Hahaha. Ja! Ducky! Spike! Petri? Petri? Littlefoot! Littlefoot! Sera! So was bescheuert ist aber auch. Warum müssen wir so dämlich laufen? Wir wollen doch, dass sie uns folgen. Also müssen wir auch Spuren hinterlassen. Und jetzt beeilt euch, sonst finden sie uns, bevor wir auf was Grünes gestoßen sind. Ich hoffe, nur sie uns finden, bevor uns irgend anderes was findet. Was denn anderes? Was zum Beispiel? Zum Beispiel, der die Spuren machen tut. Ganz ruhig, ihr Heilsusen. Was es auch war, es ist in die Richtung gegangen. Ja, aber wenn es kommt zurück... Dann zeig ich ihm, was eine Hake ist. Also mir reicht's. Ich geh wieder zurück. Nein, Ducky! Warte! Wir können nicht mehr zurückgehen. Jetzt denkt alles von uns ab. Wir können die Herden nur zusammenhalten, wenn wir genügend Futter für uns alle finden. Mir ist egal, ob wir Futter finden. Hauptsache aus mir wird kein Futter. Oh nein! Will ich doch auch nicht, aber... Was ist los, Spike? Riechst du was? Ich auch! Hey, ich riech es auch! Es riecht nach... Wasser! Ich riech auch! Ja, ja, ja! Ja, das ist Wasser! Und wo Wasser ist, da ist vermutlich auch... Grünes Wunderbar! Ja, ja! Es muss gleich hinter dem Hügel sein! Ich hab euch doch gesagt, wir schaffen's! Jetzt sind wir Helden! Ich schon weiß, was Erwachsene sagen. Ja! Du meine Güte, wie habt ihr das gefunden? Das ist ja so viel... Wasser! Of Wasser! Sie haben sich gerade so viel mit. Und das ist ja ganz geil.